Hallo zusammen, hier ist der Calvin und wir haben heute den 6. Oktober. Was ist heute? Naja, eigentlich ein ganz normaler Tag, bis auf die eine Sache, dass es mal wieder ein Photoshop-Update gibt. Einige von euch haben es vielleicht mitbekommen, wenn ihr hier oben auf euer Creative Cloud-Symbol klickt, dann müsst ihr hier irgendwo gestanden haben, Update. Und wenn ihr dieses Update durchgeführt habt, dann habt ihr jetzt einige neue Photoshop-Funktionen. Wenn ihr genau wissen wollt, welche Photoshop-Funktionen ihr nun neu dabei habt, dann geht doch einfach mal auf dieses Creative Cloud-Symbol, klickt dann mal hier auf Tutorials anzeigen und dann kommt ihr auf eine Website. Und auf dieser Website klickt ihr hier einfach mal auf What's New und dann seht ihr immer, was in der aktuellsten Version vorhanden ist. Also wir haben jetzt hier den 6. Oktober 2014 und dann seht ihr hier die ganzen neuen Funktionen, wie zum Beispiel das Extrahieren von Elementen, verbesserte Hilfslinien sind jetzt mit dabei und wir sehen hier jetzt auch und vieles mehr. Und in diesem und vieles mehr, da steckt so eine Sache drin, wie zum Beispiel das Flammenmuster. Das gefällt mir ganz gut und das will ich euch jetzt mal zeigen. Also neben vielen kleinen Neuerungen, die den Arbeitsalltag in der Retusche erleichtern, haben wir natürlich auch so ein paar kleine Highlights. Also für mich ist es jetzt ein kleines Highlights. Es werden natürlich wieder viele Leute kommen, die sagen, das braucht man doch nicht. Naja, brauchen tut es vielleicht nicht jeder, aber es ist schön zu haben. Und ich zeige euch jetzt mal, von was ich hier spreche. Ich will euch jetzt gar nicht so die perfekte Umsetzung zeigen, sondern möchte euch einfach mal auch dahingehend motivieren, dass ihr ein bisschen experimentiert. Und zwar gibt es einen Flammenfilter. Ich werde mal mit einem Pfad hier arbeiten und werde mal so ganz grob die Form einer Flamme hier mal ein bisschen nachzeichnen oder erstellen mit dem Pfad. Das muss jetzt auch nicht perfekt sein. Und wenn ihr das erstellt habt, das heißt, ihr braucht zuerst einmal einen Pfad, was ihr auch nehmen könnt. Ihr könnt zum Beispiel Texte nehmen und dann werden sich diese Flammen diesem Text anpassen. Aber ich habe jetzt hier mal so einen Pfad erstellt und jetzt gehe ich ganz einfach auf Filter, Renderfilter und dann seht ihr jetzt schon, da gibt es drei neue Funktionen. Es gibt zum einen einen Baum und der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Der kommt aber eher bei Natur, Landschaftsaufnahmen oder Composings zum Tragen. Es gibt Bilderrahmen. Nun, ihr braucht also nicht mehr über irgendwelche Füllebenen gehen und Auswahlen. Das geht jetzt alles mit Bilderrahmen. Und hier haben wir die Flamme. Und da gehen wir jetzt mal drauf. Jetzt wird gleich eine Meldung kommen, dass der Pfad länger als 3000 Pixel ist. Das heißt, die Vorschau, die zeigt immer nur die ersten 3000 Pixel. Was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil man sich da ein ganz gutes Bild davon machen kann. Und da haben wir jetzt auch schon die Flamme. Und ihr seht, wir haben sehr, sehr viele Funktionen. Und naja, was ihr tun solltet, ihr solltet hier definitiv ein bisschen experimentieren. Ich habe direkt mal die Zufallsparameter rausgenommen und habe beim Flammentyp zuerst einmal gewählt, eine Flamme entlang des Pfades. Also ihr könnt auch mehrere Flammen nehmen entlang eines Pfades. Und so kann man also wirklich kreativ werden. Kerzenschein, wie romantisch. Also wir nehmen jetzt mal eine Flamme entlang des Pfades. Und dann habt ihr Möglichkeiten hier, diese Flamme quasi in ihrer Beschaffenheit zu ändern. Ich bin jetzt kein Flammenexperte. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, was diese ganzen Turbulenzen, was ja, Turbulenz, Zacken, Ausrichten, Flammen, Unterseite. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da auch noch so ein bisschen meine Probleme, die perfekte Flamme zu finden. Es ist schon so eine kleine Spielerei. Aber so ist es am Anfang immer. Man muss halt ein bisschen herumprobieren. Ich habe zum Beispiel auch bei der Flammenform die ovale Form gewählt. Was einfach meiner Meinung nach zu den besten Ergebnissen führt. Probiert da einfach ein bisschen aus. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, dass diese Funktion jetzt möglich ist. Und jetzt haben wir hier eine Flamme. Verdammt, die ist groß geworden. Ich werde mal diesen Pfad hier wieder löschen. Also den braucht ihr immer, den Pfad. Und jetzt haben wir hier eine Flamme. Die könnte man jetzt noch ein bisschen weichzeichnen, beziehungsweise noch ein bisschen transformieren. Also ich habe das Video jetzt schon zwei, drei Mal geübt und hatte vorhin definitiv eine bessere Flamme. Die Flamme ist jetzt, naja, okay. An der Seite müsste man sie noch ein bisschen weichzeichnen. Hier unten vielleicht noch ein bisschen was wegnehmen. Ja, und so kann man dann wunderbar Flammen erstellen. Probiert es einfach mal aus. Wie gesagt, es gibt noch viel mehr neue Funktionen. Also es ist nicht nur die Flamme. Wir haben hier noch Bilderrahmen. Der Baum ist noch mit drin. Und wie erwähnt, schaut euch das einfach an, indem ihr hier auf diesen Link klickt. Guck mal, der Uwe schreibt mir gerade. Hallo Uwe. Leider kann ich dir gerade nicht antworten. Und dann könnt ihr hier auf What's New gehen. Und dann seht ihr hier nochmal die ganzen Funktionen. Also mit diesem Video einfach mal ganz kurz in Erinnerung. Es gibt ein Update. Schaut es euch in Ruhe an. Experimentiert. Und ich bin schon ganz gespannt auf eure Ergebnisse. Viel Spaß. Viel Spaß. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020